Liebe Freunde der Nachvertonung, mein Name ist Ugrutz und das hier ist XCOM 2 War of the Chosen. Und die Neuinstallation meines PCs hat sowohl große Fortschritte gebracht als auch Opfer gefordert, nämlich die Tonspur dieses Videos, was ich jetzt aus diesem Grund nachvertone. Ja, wir haben in der letzten Mission so ein bisschen Dusel gehabt. Wir gucken jetzt hier, finden aber nicht, was wir eigentlich machen wollten und dann ist uns aufgefallen, dass wir ja vom Himmel geschossen wurden und den Hexer getötet und damit unser Raumschiff wieder befreit haben. Ja, da quasselt dann auch direkt drauf los und wir holen uns jetzt erstmal unsere gemischte Beute. Überragender Automatiklader und fortschrittlicher Fokus, das war so lala. Das ist nicht so berauschend und ja, allzu viel zu tun haben wir jetzt nicht mehr. Deswegen suchen wir jetzt ein bisschen Rum. Das ist seltsam, das nachzuvertonen, wenn man selber gerade nicht genau weiß, was man so tut und einfach hin und her scrollt. Wir haben da ein Stückchen von Europa verloren und wollen jetzt expandieren, um ein wenig Zeit zu schinden und eventuell unseren nächsten Countdown des Todes ein wenig zu verkürzen. Das Einzige, was wir natürlich an der Stelle jetzt nicht so richtig bedacht haben, ist, dass da recht sofort stand und nicht fünf bis sieben Tage wie sonst. Das heißt, wir haben doch keine Zeit gewonnen, wir haben einfach nur unheimlich schnell den Kontakt erstellt und haben uns somit ein ganz klein wenig expandiert. Der Jäger der Ältesten hat irgendwas in dieser Region vor. Ja, damit haben wir jetzt auf jeden Fall was Gutes getan für die Zukunft. Das heißt, wir haben jetzt einen Einsatz freigeschaltet. Ihr seht unten in der Leiste, genau dort, dass Neu Chile jetzt verfügbar ist. So, jetzt sind wir ganz kurz irritiert, was wir denn machen sollen. Ob wir jetzt einfach den Alien-Einsatz machen oder halt auch nicht. Ich entschließe mich dann dazu, ein paar Informationen zu sammeln, denn Infos sind immer gut und wir kriegen die Zeit eventuell überbrückt, um noch irgendwie eine vernünftige Beute aufs Parkett zu zaubern, an der wir dann forschen können. Das machen wir dann jetzt auch sofort. Wir überlegen aber noch mal ganz kurz, ob wir nicht vielleicht doch erst den Einsatz machen. Aber nee, wir holen uns jetzt ein paar Infos und harren der Sachen wieder auf, poppen. Und das wäre einmal unsere anpassungsfähige persönliche Kampfsimulation. Was so viel heißt wie, wir können ab jetzt die PKS-Dinger unendlich verwenden, also einfach immer wieder verwenden. Und das wird natürlich nicht schlecht. Dann, ja, was erforschen wir als nächstes? Entweder wir holen uns noch ein bisschen mehr Info, wobei wir eigentlich ja schon 667 haben, oder aber wir holen uns den Andromedon. Nehmen wir erst mal die Infos, einfach um die Infos zu ersetzen, die wir durch die Neuaufdeckung von Südamerika jetzt aufgedeckt haben. Wir holen uns so jetzt noch ein paar Infos und warten, bis das nächste aufplöppelt. Und das sind jetzt 60 Infos. Damit haben wir zusätzlich mit denen, die wir gerade schon bekommen haben, auf jeden Fall alles durchsetzt. Und jetzt haben wir einen Durchbruch. Alle unsere Gewehre würden plus einen Schaden verursachen. Das nehmen wir natürlich sofort und gehen wieder raus. Jetzt haben wir jetzt noch ein paar Infos. Ayumi hat die Beherrschung und kriegt jetzt noch die Nulllanze. Ja, die Nulllanze nehmen wir. Das ist ein cooler, gerader Strahl, der einiges an Schaden macht und vor allem relativ weit reicht. Das ist für später richtig sinnvoll. So, ein paar letzte Infos noch einhamstern. Kameradschaftsstufe 2 und wir haben eine Mission für den Tag. Hier gibt es einen Ingenieur. Das wollen wir nun mal gar nicht. Da gibt es Vorräte. Das ist auch nicht so prall. Vor allem platziert versteckte Gesichtslose ist ja eigentlich etwas, was wir cool finden. Denn die taugen nichts und geben uns die Möglichkeit, Imitationsgeräte herzustellen. Aber hacken ist natürlich geil. Und da ist er lange den Gegenstand und es gibt nur Infos. Aber kontert eine Sache, die wir kacke finden. 25 Leute wären da. Da nur 11. Aber bei den 25 sind jede Menge Verlorene. Und ja, da auch. Aber wie gesagt, einen Ingenieur können wir nun wirklich nicht brauchen. Gegenfeuer wäre natürlich was Schönes zum Kontern. Aber wie gesagt, wir haben schon 5 gelangweilte Ingenieure irgendwo rumsitzen. Noch einen brauchen wir echt nicht. Also nehmen wir das mit dem Widerstandsversteck. Gucken noch ganz kurz, was da an Mechs da ist, um zu sehen, ob wir Bluescreen-Geschosse brauchen. Wir haben Andromedon, wir haben Schwerer Mech, wir haben Torwächter, wir haben Codex, Arkon und Viper Phantom. Also Codex, Phantom, Schwerer Mech und Andromedon-Überreste. Reicht auf jeden Fall, um Bluescreen-Geschosse zu, naja, zu rechtfertigen. Für den Torwächter sollten wir aber vielleicht was anderes mitnehmen. Irgendwie eine Säure, Granate oder so, um dem die Rüstung bei Zeiten zu zischen. So, wir packen natürlich wie immer erstmal alle wieder raus. Denn das Standard-Line-Up gefällt uns hier jetzt nicht so. Entfernen, 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 entfernen und entfernen. Verklicken, freigeben und neu einsortieren. Wir würden gerne Leute mitnehmen, die nicht schon Kernel sind, die also noch ein bisschen profitieren davon, wenn sie Abschlüsse machen. Aber natürlich auch nicht so low bei einer sehr schweren Mission, dass wir da die Privates oder Lieutenants mitnehmen. Deswegen gucken wir, was wir für coole Kombinationen zusammenkriegen. Ja. Wir haben hier wieder den klassischen Bug, dass irgendwie alle Kameraden gleich angezeigt werden. Also immer derselbe Kamerad angezeigt werden. Deswegen, ja. So ein Quatsch. Gehen wir da einmal raus und hoffen, dass es sich bei einem Neustart wieder verbessert. So, nochmal neu. Und jetzt wird wieder das Richtige angezeigt. Genau. So ist gut. So, wir gucken mal, wo Vargas steckt. Rundschlag. Ja, Sören nehmen wir, glaube ich, mit. Und Franziska. Haben wir das erste Pärchen, die beide noch profitieren, wenn sie was abschießen. Dann, ja, wählen wir weiter. Dini. Aber das Problem ist halt, wir sind schon Colonel, Phil, Deckard. So, dann nehmen wir das als Spezialisten mit. Und dazu passend. Wo ist er, wo ist er? Wäre Bones. Aber wir nehmen jetzt einfach keine Körner mit. Oder nur so wenig Körner wie möglich. Wir nehmen jetzt jeweils immer die mit, die da noch ganz gut passen. Ich glaube, wir nehmen Vargas jetzt mit, auch wenn er nur Lieutenant ist. Und dazu dann noch den Mox-Kollegen. Dann haben wir es relativ ausgeglichen. Wir haben keinen Körner dabei. Und nur einen, zwei Lieutenants. Und Lieutenant ist ja jetzt auch nicht das unterste. Da sind ja schon drei Ringe drunter. Das heißt, drei Skills hat er auf jeden Fall schon gepickt. Das sollte also halbwegs passen. Kommen wir noch zur Ausrüstung. Wir würden jetzt hier einmal... Da haben wir noch ein bisschen was zur Auswahl. Zwei Mobilität sind nicht schlecht. Das Problem ist, es plöppt jetzt immer auf, dadurch, dass sie ewig austauschbar sind. Das heißt, wir haben jetzt nur die Konditionierung durch die Mobilität ersetzt. Und machen das jetzt, glaube ich, sogar wieder rückgängig. Das ist ja albern. Das ist ein bisschen irritierend, dass da jetzt immer dieses Ausrufezeichen steht, weil man jederzeit ändern kann. Na egal. Wir nehmen jetzt erstmal den War-Anzug mit. Und, ähm... Tja, nehmen hier ausnahmsweise mal den Flammenwerfer, weil wir gesehen haben, dass Verlorene in der Gegend sind. Und da würden wir natürlich noch eine Frostgranate mitnehmen, um einfach ein bisschen... ähm... Ja, eine Runde Ruhe reinzukriegen, unter Umständen. So, das wäre es soweit. Die Dame bei Franziska, die bekommt natürlich die Krallengeschosse. Da haben wir noch einen Rage-Anzug, aber den wollen wir erstmal nicht. Zumindest nicht an dem... Wesen. Können wir vielleicht später noch vergeben. Deswegen gehen wir jetzt hier erstmal auf... ähm... Krallengeschosse und in die Haupthand das Imitationskreid vielleicht. Ja. Soweit so gut. Waffenverbesserung komplett leer. Warum ist das komplett leer? Warum trägt sie diese komische Waffe? Wechseln wir doch mal. Das ist, glaube ich, auch ein Bug. Da haben wir nämlich jetzt jede Menge ausgeskillte Kanonen, die da einfach auf der Ablage liegen. Ähm... Ich glaube, wenn man auf diese Geheimaufträge geht, lassen die Leute häufig ihre Waffen liegen. Und, äh... Wenn wir das dann nicht mitgekriegt haben und sie danach wieder mitgenommen haben und die Waffen einfach wieder verbessert haben, weil wir dachten, sie hatte noch nichts, haben wir jetzt halt mehrere Waffen mit zwei komischen Updates. So, wir nehmen die mit dem überragenden Schaft und dem Stecher. Und, äh... Gehen jetzt mal weiter zur Nummer 3. Da kommt natürlich ein Nano-Medikit rein. Der hat sogar noch gar keine Kampf-Simulation. Dem können wir jetzt mal zwei Mobilität geben. Das schadet nicht. Ähm... Put, put, put. Nano-Medikit. Und... Hacken 115. Dann nehmen wir die 25 Bonus-Punkte einfach mal mit. Vielleicht müssen wir irgendwas hacken. So, dann Dini. Kriegt die Blue-Screen-Geschosse. Wir haben ja ausgelotet, dass es sich lohnt. Weil wir vier Einheiten haben, wo das triggert. Und da nehmen wir, was nehmen wir mit Limitationsgerät. Granate ist nicht so wichtig. So, Gauss-Gebär. Da sind keine anderen auf der Halde. Aber wir schicken auch nicht so häufig Scharfschützen auf die Mission. Weil wir ja schissig sind, dass wir abgefangen werden. So, Vargas-Mann. Mox-Krieg, damit er überhaupt irgendwas trifft, glaube ich, die Super-Geschosse. Und 59-Krieg-Zielsicherheit ist tatsächlich ein wenig erbärmlich. Plasma-Granate. Wir haben nochmal die Waffenverbesserung. Ob wir ihn da nicht... Nee, er hat eigentlich gute Sachen dabei. Da jetzt ein Zielfernrohr drauf zu packen, ist, glaube ich, Overkill. Beweglichkeit. Das heißt, Ausweichen hat er als PKS. Das können wir lassen. Und ich glaube, ihm geben wir jetzt mal... Die Beweglichkeit. Und hier... Tja, irgendwas... Vielleicht eine andere Waffe. Na ja, erstmal einen Rage-Anzug. Oh, eine andere Farbe. Nicht, dass das viel hübscher wäre, aber... Bisschen vielleicht. So, jetzt geben wir ihm noch die Säure-Bombe mit. Für den Torwächter. Haben wir beschlossen. Irgendwomit müssen wir die fette Rüstung ja durchätzen. So, eine Rakete haben wir auch noch mit am Start. Und na ja. Besonderlich hübsch finden wir das jetzt nicht. Aber besser als dieses komplette Fleischfarben-Weiße. So, und dann haben wir, glaube ich, so ziemlich alles. Wichtig ist, dass wir jetzt bald die neuen Waffen bekommen. Also die experimentellen. Und dann starten wir mal den Einsatz. Skyranger eingesetzt. Sind in Position für den Einsatz. Jawohl, Einsatz starten. Wir haben ein schwaches Signal. An den Ladezeiten auf der SSD. Die anscheinend auf ein Advent-Datenarchiv mit wichtigen Dateien zum aktuellen Projekt der Aliens gestoßen ist. So, das ist auch noch mal weg. So, 25 Gegner haben wir. Da drüben. In der Nähe ihre Position geortet. Aber Vorsicht. Beim Ziel befinden sich selbst auslösende Sprengladungen. Jo, ist die Kiste. Wir haben neun Runden Zeit. Bevor seine Inhalte zerstört werden. Wie erwartet, Commander. Gibt es deutliche Hinweise auf Verlorene, die sich durchs Kampfgebiet bewegen. Seien Sie vorsichtig da draußen. Sind wir. So, da haben wir schon mal zwei entdeckt. Mit unserem vorsichtig sneakigen Move. Gehen wir noch da an die Tür und gucken mal, ob wir noch was mehr finden. Ja, da haben wir direkt Full House. Zwei Advent und zwei Verlorene und noch zwei Advent. Das heißt, wir haben jetzt schon mal acht Gegner auf dem Feld. Das lohnt sich. Jetzt müssen wir gucken, wo wir mit dem Vargasmann vernünftig hingehen. Wollten wir aber vielleicht erst mit Leuten bewegen, die nicht so verbaut sind. So, wir nutzen jetzt einmal den Kletterhaken. Einfach, um uns die Lauferei zu ersparen. So, wir können jetzt da noch relativ locker hin. Und könnten dann vermutlich den Feuerschutz. Jo, geben wir den Feuerschutz. So, Beta. Man könnte da hinter die Kiste. Hinter Container, Kiste, keine Ahnung. Gehen wir mal da hin. Sehen nichts. So, können aber auch gar nicht da raus. Also stehen wir hier eigentlich relativ beschissen. Weil der Karre da so komisch in den Container reingekracht ist. So, da rechts vorbei passt uns nicht. Also gehen wir wieder raus. Ein bisschen unnötig gelaufen, aber was soll's. So, Rundschlag. Franziska würde da vorne los. Sie ist da noch verdeckt. Skorpion würde auch da irgendwo hinwollen. Aber ich glaube, ihn ziehen wir mal ins Gebäude rein. Der Sound hat sich durch den Anzug auch sehr verändert. Klapp, klapp, klapp. So, die meisten In-Game-Settings sind jetzt natürlich auch verballert. Also sollte jetzt meine Stimme nicht zum Game-Sound passen, bitte einmal ins Video schreiben. Ich würde mich selber auch mal gucken. Aber man weiß ja nicht, so, die sind aufgeschreckt. Wegen der Verlorenen. Und die Verlorenen sind auch aufgeschreckt. Wegen Advent. So, dass wir die mal eine Runde miteinander spielen. So, die sind jetzt auch wach. Er fluggelt da rüber. Kann aber noch nichts machen. Und er geht da hinter die Ecke. Good to know. So, wir sind wieder dran. Ich denke, in dieser Runde... Oh, wir sind da noch nicht dran. Der kriegt noch einen auf die Mütze. Aber nicht so fest, der Jungs. Zwei Schaden auf einmal. Das ist ja haarig. So, jetzt müssen wir wahrscheinlich irgendwas machen. Wir können uns eh nicht bewegen. Und ich denke mal, die sechs Gegner... ...sind schon nicht schlecht. So 97 Prozent. ...würden wir natürlich gern zerschreddern, den Purifikator da hinten. Auf der anderen Seite bin ich mir nicht sicher. Können wir ihren Schaden auch anderweitig noch ganz gut brauchen. Ja, das sind jeweils 100 Prozent. Aber ich glaube, da könnten wir auch deutlich mehr machen mit der Konfrontation. Wenn wir da hingehen würden. So, die Prozentszahlen sind relativ schlecht. Aber das ist halt bei Rangern so. Mit ihrer Shotgun sind die nicht so super zielsicher. Vernünftige Granateneinschlagpunkte. Auch Mangelware. Sind uns gerade noch nicht sicher, was wir da machen sollen. 97 Prozent. Das ist natürlich nicht schlecht. Die könnten wir da alle wegknattern. Fünf bis sechs ist allerdings auch relativ unüppig. Da haben wir, glaube ich, die letzten Upgrades vergessen für den Kollegen. So, 97 Prozent. Schredderhausen Hauptbahnhof. Nur überzeugt bin ich immer noch nicht. So, Beta sieht gar nichts. Ich glaube, wir sollten mit Dini umfangen. Oder wir fangen mit dem... Der Schlag macht fünf bis sieben. Können wir uns auch keinen Blumentopf von kaufen. Dann klont der sich auf jeden Fall. Und springt ein bisschen dumm durch die Gegend. Aber es ist eine Range-Attacke. Ihr seht die gelben Felder. Das heißt, alle dieser Felder werden mitgetroffen. Aber ich glaube, das mit dem Raketenwerfer gefällt uns auch ganz gut. Kriegen wir einiges verkleddert. Und die Raketen ist ansonsten vom Damage her relativ nutzlos. Das heißt, sie jetzt, um Zerschreddern zu nutzen, ist noch so das Beste, was wir machen können. So, jetzt sind wir aufgedeckt. Jetzt müssen wir gucken. Bei Sören könnten wir dorthin. Wir hätten zwei flankiert und könnten einen dritten auf ein Geschenk da lassen. 100% auf den. Er ist verbunden mit Franziska. Können wir mal überlegen, ob wir zweimal schießen lassen. Knattern wir da erstmal drauf. Oder auch nicht. Hm. Etwas unentschlossen. Und er sieht immer noch nichts. Einmal kurz gucken, wie viele würde Dini von da sehen. Das sind mal einfach sechs Stück. Das ist super. Können wir einmal mit blitzschnellen Händen auf den Kodex schießen. Hoffen, dass er sich nicht klont. Skriptisch für zwölf. Er kann sich nur Port und nicht klonen. Leider ist das, glaube ich, außer Range. Ah, nee. Wir haben ihn noch in 68% immerhin. So, Konfrontation. Schauen wir mal, was wir alles erwischen. Wir gehen das aus dem Spiel. Der kippt mal einen ab. Der kippt einen ab. Der kippt einen ab. Das war nichts. Und der ist tot. Ziele eliminiert. Ziele eliminiert. Eliminiert. So, vier Stück kann man noch da stehen. Einer oben auf dem Balkon. Da können wir wohl so gut nichts nicht ran. Aber das sollte reichen, um den wegzuplästern. 100% und 2, 4, 6, 8 Punkte mit der Rüstung. So, weggekriegt das jetzt. Na, was sagt ihr dazu? So, Mox kann jetzt den da hoffentlich aus dem Spiel nehmen. Drei Punkte bestreift. So natürlich nicht. Aber ein Punkt für einen Höhlenvorteilsschuss erobert. So, nochmal fünf hinterher. Da haben wir jetzt acht Schaden gemacht. Und da sollten wir jetzt vielleicht gucken, wie wir das und ob wir das hinkriegen. Geben wir erstmal ein verbessertes Teamwork. Kein Rückzug. Und gucken mal, ob wir mit ihm da noch ein bisschen Damage machen. Äh, falscher Char. Wir wollten eigentlich jetzt mit Franziska noch das Imitationsgerät werfen. Da sind wir zwar auch aufgedeckt, aber haben in der Runde jetzt auf jeden Fall Ruhe. Denn die beiden werden ja nicht großartig noch was anderes machen. So, wir haben jetzt noch ein wenig. Aber umso mehr ein gründes Imitationsgerät dahin zu werfen, wie wir gehen. Oder vielleicht erst gucken, ob wir ihn erwischen. 79 oder 82. Probieren wir mal. Kritisch. So, jetzt ist es natürlich tricky. Jetzt könnten wir es uns vielleicht auch erlauben, den laufen zu lassen. Aber ich glaube, wir schmeißen da jetzt das Imitationsgerät hin. Sind dann zwar enttarnt, aber das macht nicht so viel. Ja, sicher. Klar. Hm. Gut. Damit geht der Plan schon mal nicht auf. Damit haben wir jetzt wieder ein paar mehr Gegner, als wir eigentlich wollten. Nämlich fünf Edwin und vermutlich noch die zwei Verlorenen da. So, er wird jetzt erstmal drauf schießen. Steht aber ganz gut für uns. So. Er kommt jetzt ran. Er kommt nicht ran. Er stellt sich nicht ran. Er stellt sich das Auto. Und... Oh, die hinter uns werden wach. Unter zehn Gegnern fühlen wir uns halt nicht wohl auf der Map. Und die werden auch noch wach. Okay, damit haben wir wirklich zehn. Aber who knows. Vielleicht... Ist das hier auch ganz gut zu sein. Dafür sind wir wieder dran. Die anderen wurden nur aufgeweckt und haben noch nichts gemacht oder noch nichts machen dürfen. Jetzt müssen wir nur genau überlegen, welche Reihen wir wieder einnehmen wollen. Keine coolen Locations für Franziska. Für Dini... Hm, es geht so. Ich kann halt zweimal schließen. Macht das Andromedon-Ding. 100 Prozent. Damit sollte man es eigentlich wegkriegen. Dann sind wir jetzt einmal neun. Und noch einen hinterher setzen. Nee, da nicht. Ja, da. Aber zwölf. Damit ist sie ja schon mal weg. Damit haben wir noch vier Advent und fünf Verlorene. So, Vargas kann erstmal da hinten das Zeug wegräumen. Muss ja nicht sein, dass die uns noch in den Nacken hauchen, wenn wir uns um was anderes kümmern wollen. So, die beiden sind weg. Wir haben noch ein paar Schüsse im Magazin. 64 ist mir zu wenig. Da gehen wir, glaube ich, ein bisschen näher ran hier. Tja, oder auf den? Hm, who knows. 59 ist... Ein bisschen wenig. Würde aber mit Schaft eigentlich gehen. Hm. Vielleicht da hinter das Fenster. Gucken wir mal, was soll er da für Zielchancen haben. 95 da drüben. 94 da. 60 und 45. Da hinten die Ecke ist nicht so geil. Aber es ist ein Schildträger und ein Priester. Die werden wahrscheinlich eh ein bisschen Spürkes machen. 94, das sollte machbar sein. Der ist weg. So, 82, das sollte auch passen. Und dann haben wir ja noch unseren... Unser Draufhalten. Hier haben wir einen Feuerschutz. So. Beta sieht schon wieder nix. Stellen wir uns mal leichtsinnig in eine halbe Deckung im Auto. Gucken spaßeshalber mal, ob wir den oder wie wir den rauskriegen würden. 51% zum Übernehmen. 100% zum Ausschalten. Das können wir uns auf jeden Fall als Backup überlegen. Aber eigentlich wollte ich den schon umhupen. Denn auf den habe ich damit die bessere Flöcherchancen noch mit. Von denen, die da sind. Also machen wir das nur zum Schluss, wenn alle Stricke reißen. So, die Trefferchancen sind alle mehr als bescheiden. Könnten da neben Sören kuscheln. Oder aber ein bisschen weiter weg. So, Vargas geht, glaube ich, da hinter die Mülltonne. Gucken wir erstmal, wie sich seine Chancen von da aus verbessern. 78. Das ist machbar. Aber wir sollten vielleicht vorher zerschreddern. Okay. Oh, direkt erledigt. Ein schöner Brock. Wäre aber auch ansonsten ein Fail gewesen. Denn, ähm, der hat ja gar kein Schreddern. Muss ja irgendwann mal noch kaufen. So, da machen wir einen Schuss. Bonus-Schuss. Wuhu. 46, 29. Nehmen wir die 46. Wir brauchen noch die drei Schadenfüße daneben schießen. Um mir ein bisschen anzuklabbern. So, nicht getroffen. Dafür haben wir ihn seine Mailbox weggeballert. Oder das Preisschild vom Café. Oder was auch immer das war. Auf jeden Fall, seine Entdeckung ist jetzt weg. Ähm, ja, gehen wir mit Franziska entweder dorthin oder hinter den Tisch. Ich glaube, für den Fall, dass da irgendwie AE reinkommt, gehen wir mal hinter den Tisch. 49 Prozent, 14 Prozent. Na, egal. Auch da reichen uns die vier Schadenfüße daneben schießen. Aber wir streifen ihn für fünf. Auch nicht schlecht. So, Scorpion kann's auch nochmal probieren. 57. Das sollte mit Schaft halt auch passen, da ein bisschen Damage reinzusägen. Oder vielleicht treffen wir auch. Ja, vielleicht treffen wir auch. 13 Punkte Schaden. Das müsste reichen sogar. Jo, er zieht die Bubble. Ist er auch direkt wieder dran. Er gremt dorthin und wird jetzt einen von uns übernehmen. Nein, er macht den Heiligen Krieger. Was ist das für eine Falle? Sieht jetzt zwar geil aus, da hinten der Typ, mit noch mehr Rüstung und noch mehr alles. Aber, wir brauchen jetzt nur, ja, gibt euch auch noch Schilde komplett sinnfrei, ihr Idioten. Das heißt, wenn wir jetzt den Geist da wegmachen, stört der André sowieso, weil wir seinen Link gekappt haben, und bringen ihm seine 15 Punkte Rüstung in Dreck. So, da sieht's wieder ein bisschen voller aus. Mox kann noch ein bisschen Kills sammeln. Ach, zumindest ein Kill. Und ich würde sagen, jetzt würden wir erstmal ein bisschen aufräumen wollen mit Dini, glaube ich. die Frage ist, ob wir den Schildträger regulär kaputt machen, aber ich glaube, mit einem Schild von 2, 4, 6, 8, 12 Punkten, nochmal 12 Leben und 4 Rüstung, wird das nichts, wenn ich mir das Feld so ansehe. Also, bleiben wir da ganz emotionslos und hauen den Priester weg. Müssen jetzt nur noch gucken, wie. Franziska geht auf jeden Fall mal neben Vargas an die Müllkörner. Und, ähm, gucken mal, was da so geht. Sie sollten aber eigentlich, glaube ich, unsere Munition sparen und das Dini machen müssen. Wobei, wir haben kostenlos nachladen. Jetzt haben wir mal ein paar Kills auf Leuten, die noch nicht max sind. Probieren wir es mal mit dem Priester. So, der ist weg. Jetzt haben wir den anderen jetzt auch getötet. So. Patronen sind alle. Patronen sind alle. kriegen wir eine coole Deckung hin. Ich glaube nicht, aber wir brauchen auch, glaube ich, nicht wirklich viel an Deckung. Halbe nehmen wir trotzdem mit und schießen jetzt einfach mal alles durch. Treffer Nummer 1. Nummer 2. Nummer 3. Ich komme mir ein bisschen vor wie Graf Zahl bei der Sesamstraße. Ich habe noch keine Gewitteranimation, wenn ich die Zahl erreiche, die ich mir vorgenommen habe. Die wäre ja dann in dem Fall 9, wenn ich das jetzt richtig sehe. Das wäre jetzt nur noch 5. Und 4 haben wir noch im Sichtfeld, wenn wir den alle treffen. noch geht's gut, aber wir haben noch ein paar Leute und so scary sind jetzt die Verlorenen auch nicht. Da waren es nur noch 2, obwohl wir noch 3 Balken sehen. Ich glaube, der hinter der Karre ist einfach ein bisschen zu verdeckt für die. Aber 9 Kills in einer Runde reicht dann halt auch ein bisschen. Können wir noch da hinten hinter den zweiten Mülleimer. Ja. Und entdecken die nächste Gruppe, die da ineinander kuscheln. Archer und Viper. Und noch 2 verlorene dazu. Ähm... So, es hat Dini leider alles verschossen. Sie hat das Imitationsgerät. Das heißt, wir müssen jetzt gucken, dass wir uns irgendwie anderweitig behelfen. Da haben wir eine halbe Deckung. Da in die halbe Deckung und dann eine Granate vielleicht. Okay, dann schauen wir mal. Sollten beide treffen da. Ist ganz gut soweit. Haben wir hoffentlich auch der Viper die Deckung weggeschossen. Egal, die da sind die Spinnen eingesponnen. Mit Spinnennetzen noch dran. Mox ist ein bisschen weit weg vom Schuss. Vielleicht können wir mit dem Kletterhaken irgendwas reißen. Das ist die falsche Richtung. Oh, da kommen wir auf den Ball Kohlen. Weiß nicht schlecht. Das machen wir mal. Das wäre schon quasi ein Sprint gewesen. Haben wir also zwei Aktionen geschenkt bekommen. So, da vorne können wir hin. Ist auch halbe Deckung. Sollten dann einen relativ easy Schuss mit Höhenvorteil haben auf den. 74. Peitsche auch 74. Dann setzen wir die, glaube ich, direkt mal ein. Whip. Jawohl. Sechs Schaden in den Schiff. Und dann ein Schützchen. Feuer. Jo. So, Beta haben wir noch. Der könnte da jetzt draufknallen oder oder auch nicht. Sturm und Schuss kommt man relativ dicht dran. Aber wir gehen einfach nur hier hin und sparen uns das noch auf. Gehen wir mal da rüber. So, wir haben den einen flankiert. 72% auf die Viper. Das sollte reichen. Leider nur gestreift reicht nicht. Das heißt, Beta müsste auch noch. Knuggeln wir jetzt ein bisschen sehr, aber die Viper muss weg. Egal, ob wir treffen oder nicht. Ja gut, wie immer, wenn es um nichts geht, machen wir einen Elfer-Crit. So, damit ist Makellos jetzt wahrscheinlich weg. Der kann uns jetzt beschädigen. Uh, daneben sehr schön. Kein Damage ist immer gut. So, da haben wir noch zwei aufgeweckt. Tauben uns da ein bisschen entgegen. Dahinter ist nur noch einer. Der ist aber scheinbar noch nicht wach. So, der kommt so weit wie es geht und gibt dem einen auf die Glocke. Ne, gibt dem keinen auf die Glocke. Schade. Können wir kostenlos nachladen? Ja, können wir. Das heißt, wir können noch schön flankieren. Ein bisschen rangehen mit der Shotgun, damit die Streuung nicht so groß ist. 18 Prozent. Gib ihm. Der Streif das war nicht so berauschend. So, Dini. Das war mal mit der Pistole. So, ein Kill. Vier Punkte Schaden. Das gleiche jetzt bitte noch mal. Dann ist er weg. So, nicht schlecht. Und Vargas kann direkt einsammeln. Ein fortschritt durch die Magazin erweitert. Nun gut. Sind ja mit unserem Skillbaum auch immerhin drei Schüsse mehr. Jetzt können wir danach versuchen, ob wir irgendwas reißen. So, Chaos nimmt erstmal die Ladung, die gratis ist. müssen wir mal gucken. 100 Prozent ist ein sicherer Kill. Die bestellt. Jetzt können wir noch ein bisschen ein bisschen Land gewinnen. Wir haben auch nur noch fünf Runden. So langsam müssen wir an die Container-Sprengung denken. So, 92 Prozent müssen wir passen. Scheint, jetzt sollten wir vielleicht nachladen. So. Der Rest sollte vielleicht auch nachladen. Auch er hat keinen Nachlader. Das heißt, eine Aktion geht dabei drauf. Jetzt noch da hinten hin zu rennen wäre einfach. Deswegen gehen wir hier in Feuerschutz. von Mülltonne zu Mülltonne. Wie der Penner in der Einkommensmeile. Unglaublich. Der sollte an unseren Manieren arbeiten. So, und auch nachladen. Feuerschutz an der Stelle, wenn wir keinen Besuch erwarten, ist nicht so berauschend. So, und Feuerschutz. Hoppela. Da hat's kurz geleckt. So, das haben wir dann lösen das Koffentfeffer. Ne, die Sören macht das Ganze klar. Oh, aus der Einstellung sieht man erstmal diese gruseligen Farben. Uiuiui. Pink Turkeys mit kleinen Knüppelchen. So, erstmal wieder tarnen und dann ein bisschen scouten. Denn wir müssten jetzt ganz kurz überschlagen. Ich glaube, wir haben was haben wir denn? Der Schwarm zählt nicht mit. Wir haben drei, drei, zwei, zwei, also elf. Elf und elf haben wir, glaube ich, gekult. Sieben und elf verloren. Das heißt, theoretisch sind noch sieben oder acht Gegner da und wir sind schon sehr dicht an unserem Ziel dran hinter der nächsten Mauer da und haben nur noch vier Runden. Das heißt, wir werden wahrscheinlich jetzt wieder einiges gleichzeitig aufrecken. müssen wir uns dann ein bisschen vorsichtig ran pirschen. Eine Runde jetzt. So, was uns auf jeden Fall noch fehlt, ist der Torwächter und der Rest ist jetzt, glaube ich, random. Wir haben sonst alles entdeckt, was da war. Krabbeln wir mal da hinter den Bus. So, haben wir jetzt zwei Runden haben wir noch. jetzt müssen wir langsam Gas geben. Planung wäre da, die Ecke des Gebäudes wegzuschießen, damit wir über die Fernheckung arbeiten können. So, da haben wir einen Torwächter und drei Kodize, drei Kodexe. Und, ähm, ja, gehen wir mal noch und sehen wir uns da pullen, was er wahrscheinlich nicht. Ja, eventuell auch. Müssen wir jetzt gucken, wie war das am geschicktesten machen. Kletterhaken aufs Dach oder darüber. da kommen wir leider nicht hin. Der Balkon da hinten wäre eigentlich cool. So, Hector Diaz machen wir das Grundschlag. Die steht auf dem Kacke, die wäre flankiert, wenn wir die pullen. Deswegen gehen wir da, glaube ich, mal so hin, dass wir da durchs Fenster gucken können. So, wo war es das Paket? Und leider, wir sind zwar komplett verschimmelt, aber die Augen sind auch gut genug, dass wir getarnte Einheiten entdecken. So, jetzt haben wir die Jungs aufgedeckt. Das wird nicht so doof ist. Weil wir keine tolle Runde haben. Ein Glück, dass wir Widerstandsbefehlen haben mit der taktischen Analyse. Jetzt haben die zumindest auch nur eine halbe Runde. So, ein frei verfügbarer Torrechter ist allerdings ein bisschen ärgerlich. Das heißt, wir werden wahrscheinlich versuchen wir mal auf ein Treffen, 61%. Macht zwar nicht allzu viel Schaden, aber ist besser als nix. Zählt als Mech. Die Hülle. Solange sie geschlossen ist zumindest. Okay, dann schmeißen wir jetzt auf jeden Fall das Imitationsgerät, denn da kriegen wir jetzt nichts mehr raus. Am besten da hin, sonst sieht nachher irgendwer das nicht. So, jetzt können wir gucken. Scorpion hat da leider keine coolen Deckung. Die sind alle so ein bisschen weit weg. Könnten Sturm und Schuss machen, da durch die Tür knattern. Könnten aber auch dahinter die Hütte und den einen flankieren. Das sollte eigentlich, ich glaube, da ist er. Da ist er und wir haben noch einen verloren aufgedeckt, das ist ein bisschen ärgerlich. Der hat vor allem recht viel Leben, der Knilch. Guck mal mal, 100% wahrscheinlich. Wir kriegen ihn nicht mit einem Schuss weg. Das ist mir dann zu riskant. Schieß ich lieber auf den Kodex. Die Hitpoints, die müssen weg. Vielleicht haben wir geschaut, wo wir weg sind. Kritisch. Nicht tot, aber mit 12 Punkten kann er nicht mehr klonen, kann er noch wegporten. Können wir mit leben. Und ich habe gerade gefailt. Ich habe irgendwie vergessen, dass wir die Verlorenen ja egal mit wie viel Schaden umhupen, wenn wir auf sie schießen. Nun gut, ist egal. So, verbessertes Teamwork auf Franziska. Können wir einen schönen Schuss mit Wustung zum Schreddern auf den Torwächter machen. So, 100%. Der stört nicht. Den können wir wegmachen. Genau. Lack mal auf das Fenster ein. So, der ist weg. Und dann noch schön auf den 67. Ist ja übel. Der Doppelangriff geht nur auf den. Das taugt also nicht. Ne, das muss schon irgendwie treffen. Die Rüstung muss weg. Sehr schön. Drei zerstreddert. Zwei Schaden ist nicht das gelbe vom Ei. Die drei Rüstungen waren das wichtigste. Er kann sich nicht mehr wirklich bewegen. Bei Mox geht noch was. ist der so oder so weg, auch wenn wir daneben schießen. So, mit draufhalten haben wir jetzt noch weitere Schüsse, aber wir sehen halt nichts. Können hoffen, dass wir von irgendwo anders was sehen. mit Beta da an die Ecke und na, könnten wir nur noch den Arsch retten. Fast soweit. Dann kriegt er zumindest mal nichts ab und sieben bis neun. Das ist mir allerdings zu riskant. Dann haben wir einen mehr, wenn er sich klont. So, Sören muss erstmal zum Kampfgeschehen kommen. Und mit Mox sollten wir gucken, ob wir nicht vielleicht doch mit dem Kletterhaken irgendwas in Sicht kriegen. Dann gehen wir schon mal auf dem Karren drauf, wenn man eventuell in besseres Sicht fällt. Wir sehen aber leider immer noch nichts. Na gut, gehen wir mal da rüber. Das Groszgerät sollte uns ja schützen. Hilfsprotokoll. Kriegt Franziska nochmal einen... Nee, haben wir gar nicht. Haben wir nicht geskillt. Nö. Haben wir nicht geskillt. Dann können wir auch selber in den Feuerschutz gehen. Dann bringt das Hilfsprotokoll nichts. Wir haben ja eh nicht vor, was abzubekommen. So, Feuerschutz. Und da wollen wir noch laufen. Überall flankiert. Oder nur halb oder man sieht gar nichts. Unbefriedigend. Egal wie man das drehen oder wenden. nicht mehr. Irgendwie gefällt mir keiner, der Punkte so richtig. Na gut. direkt mal elf da drauf. Natürlich hart. Er macht mir jetzt den Gar aus. und der dritte Kodex wird jetzt irgendeine Psi-Bombe beschmeißen. Gucken wir vielleicht rück. Da hinten die beiden. Das stört uns gar nicht so sehr. Acht Schaden liegt da dadurch. Das ist natürlich okay. Aber wir kriegen noch eine Unnütze-Kopie. Und da haben wir wieder alle vier, die wir beim Pull auch hatten. Nur mit ein bisschen weniger Leben. So, Doppelangriff. Auf der anderen Seite wollen wir natürlich auch den Rest der Rüstung noch weg haben. So, erstmal mit Dini da raus. Ich glaube, das da hinten ist eine gute Location. Oder lieber da. Nee, direkt daneben stellen. Dann kriegen wir ja auf jeden Fall weg. Und da sehen wir jetzt vier Leute. Das klingt auf jeden Fall nach einer Konfrontation. Wenn wir alle treffen. Ja, den haben wir bis 10 erwischt. Da haben wir die Hitschaden. Den haben wir kaputt. Und den haben wir auch kaputt. Leider haben wir immer noch wieder zwei. Denn der klug sich jetzt da hinten irgendwo hin. was machen wir mit Skorpion. Der könnte da durch die Tür schießen. Aber wir hören mal auf das Türchen. Brennt, erbrennt, ein Lichtlein brennt. Torwächter. Überraschung. So, 59. Oder die Säurebombe. Die haben wir eigentlich genau dafür mitgenommen, dass sie da die vier Rüstung runternimmt. Schmeißen wir mal in den Nebenraum. Wir wollen nicht selber gleich durch die Suppe laufen. So, die vier Rüstung ist weg. Ein Schaden ist zu vernachlässigen. Chaos ist flankiert. Sehen wir ungern, aber stört uns jetzt auch nicht so super weit. Und wir hoffen ja noch, dass wir die wegkriegen beim Jungs. aus dem Kringel raus. Die Frage ist, was sehen wir da? So, Munition haben wir nicht mehr. 84% Gerechtigkeit und 84% auch da. Dann nehmen wir den mit den zwei Leben ein Stück in der unwinstigeren Stelle. Staubsauger hauen. Und umgehauen. Sehr schön. So, Beta ist egal, ob er drückt oder nicht. der hat ja den schafft. Franziska könnte jetzt hier noch einiges an Schaden verursachen. Chaos steht allerdings uns ungünstig da oben. Doppelangriff können wir immer noch nicht brauchen. Dann könnte man ein Loch an die Wand schießen. müssen wir aber Franziska da erstmal wegkriegen. 78% hat er es schafft. Da an die Ecke. Jetzt gucken wie weit wir die Granate jetzt kriegen. Jetzt würden wir sie weit genug kriegen. Wäre die Tür weg und wir könnten die Kiste nächste Runde mit Beta scannen und mussten jetzt nur noch mit Franziska weg. Sie könnte auf die andere Seite der Tür an die Kiste schon ran. Wenn unterwegs. Mal ab und einen Schuss draufkriegen. 71%. Drei für daneben. So können wir natürlich diese Runde nicht klappen. Äh, nicht klappen meint natürlich. Jetzt kann man da hinschießen. Ich glaube, das finde ich nicht schlecht. Ist der Kodex auf jeden Fall weg. Drei diese Farben und jetzt kann da Beta auch schon hin. Von oder eine halbe Deckung. Ich glaube, großen Unterschied macht das nicht. nicht. So, schauen wir, was dazu gibt. 20 Hexgilder, cool. Leider nein. Kleiner Speicher, großer Speicher. Geht nur um Vorrat. Da sind wir glücklich, glaube ich. Ist uns eh egal, ob es klappt oder nicht. Kohle haben wir ja noch halbwegs. Ja, funktioniert wunderbar. Jetzt kriegen wir noch eine Runde ein bisschen Feedback von den Torrechtern. Aber zumindest mal relativ zu sagen. Drei für Säurebrand ist schön. Massenwiederbelebung macht einiges an Schaden. Fast 30 Punkte mit einem Schlag. Aber da ist nicht viel totes. heißt, er hat nicht sehr viel aufgehoben. Er kriegt jetzt aber einiges an Schaden. Er hat fünf von uns getroffen und kriegt das Feedback für jeden von uns. Also einfach mal explodiert. So habe ich mich auch noch nicht beendet. Aber gut, wir haben leider fünf verwundete Soldaten. Aber die dürften ja alle nur relativ schwach verwundet sein. Wobei 5, 5, 6, 7 war es glaube ich. Ja, die 7 Punkte Schaden könnten schon für den ernstzunehmende Verletzungen reichen. Schauen wir mal. Für unsere Bürger besteht kein Grund zur Besorgnis. Alle Schüsse und Wunden waren nur zu Trainingszwecken simuliert. So, da landen war. Ja, schwer verwundet auf die ist natürlich doof. Aber 103 Kills Respekt. 147 bei Mox allerdings. Aber er hat auch 5 Missionen mehr auf dem Buckel. Schöne Zahlen, schöne Zahlen. 75 Vorräte. Das hat sich auch quasi gelohnt. Und jetzt kriegen wir noch 80 Info. 81 sogar. Ja, 823 Info, 900 Vorräte. Wir schwelgen. Wir könnten mal gucken, ob wir ein bisschen was davon kaufen können. Waffen. Fusionsklaue, Kaliber 90 Kurzgewehr, Helix Railgun und das Illyrium Plasma Geschütz. Das wäre allerdings für den Spark, den wir jetzt nicht sonderlich im Fokus haben. So, Rage-Rüstung. Wir könnten die aufwerten. Auch Spark, Nanoschutten, Weste, eluxierter Rahmen. Ich glaube, die Rage-Rüstung wollen wir mal in besser haben. Jetzt hier auf dem neuesten Stand. Oder wollen wir lieber erst das Kaliber 90 Kurzgewehr. Uns ist ja gerade in der Mission aufgefallen, dass Moxen ein bisschen wenig Schaden macht. Das kostet gar nichts. Das können wir auf jeden Fall mal mitnehmen. Also klar, ein paar Legierungen ein bisschen Geld, aber so, Kalibergewehr und jetzt brauchen wir Illyrium. Und zwar ziemlich dringend. Naja, wir haben genug Schraubenschlüsseler. So, gemischte Beute. In drei Tagen gibt es eine Vorratslieferung, das heißt, wir würden uns die gemischte Beute dann jetzt doch schnappen. Bringt wieder ein bisschen Zeit um. So, acht Tage. Das sollte passen. Tiedel, dumm. Komm, klick schon, klick schon. Ja, so ist brav. Seelenraub fertig gelernt, das ist gut. Ein bisschen Self-Heal. Dann nehmen wir jetzt den Sprengzünder, den kann man immer brauchen. Und dann forschen wir weiter, oder suchen wir weiter. Höllen, wie super, ich bin begeistert. Wo der Flammenwerfer meine Least Favorite Waffe ist, kriegen wir den jetzt auch noch im Besser. Nun gut, wir haben ja noch einen in der Pipeline. Alessandro Costa hat sich von seinen Wunden erhöht. Super, dann kann er jetzt wieder an die Bar gehen und Karten spielen. Avatar-Projekt geht voran und in der Zentrale, das heißt nichts, was wir mit Zerstören von Einheiten wegmachen könnten. Naja, Einfeld haben wir noch und wir haben es ja schon freigespielt. Also ich finde, er redet Quatsch, was er da erzählt. Also ich meine, Avatar-Fortschritt 1 ist das Einzige, was diesen Monat Schlimmes passiert ist und alles andere. Abgeschlossene Guerilla-Einsätze, abgeschlossene Ratseinsätze, kontaktierte Regionen, installierte Funkrelais, Widerstandsgerüchte untersucht, drei Technologien erfordert, bla bla bla. Also warum er da sagt, das wäre schlecht, verstehe ich nicht. So, Nachttext ist besiegt, der Herzesser ist ein wenig zurückgesetzt und er wird uns nächsten Monat definitiv nochmal vom Himmel schießen, es sei denn, wir kriegen ihn vorher kaputt. Vielleicht sollten wir uns das überlegen, ihn zu stellen, bevor wir nochmal die Avenger-Mission machen müssen. So, was wir da gewählt haben, passt eigentlich ganz gut, die Dinger da unten wollen wir nicht, also lassen wir alles wie es ist und holen uns jetzt erstmal unsere Credits und würden dann ganz sicherlich auch noch eben beim Schwarzmarkt gucken, was zu tun ist. Ansonsten glaube ich, haben wir jetzt aber auch die Stunde grob erreicht, das heißt, ich würde euch jetzt nicht mehr ewig hier an das Ding fesseln. Sehr schön, abgeschlossen, damit haben wir jetzt den Hexer, äh, den Scharfschützen freigeschaltet. Wir haben eine weitere wertvolle Information über die teuflischen Kinder der Ältesten herausgefunden. Wenn wir den Außerwählten endgültig ausschalten wollen, müssten wir sein Versteck den könnten wir jetzt schon abschießen. Ja, ich bin ein wenig, äh, hin und her. So, Ingenieur rekrutieren, Forschungsdurchbruch, was ist das denn? Sum dum 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 dum, nee, das ist nicht so der Brüller. Sendestation, Verbesserung, äh, hm, weiß ich nicht. Projektfortschritt reduzieren ist natürlich gut, gibt Hacken, plus vier ist auch gut. Widerstandsbefehl, EP-Gewinn um 20% erhöhen, brauchen wir nicht mehr so wirklich. Reduzieren, Zielsicherheit, Hacken, Zielsicherheit, Einrichtungshinweis, brauchen wir nicht. Beute sicherstellen, brauchen wir auch nicht. Vorreite sammeln, brauchen wir auch nicht, Beförderung ist aber cool. Infos, brauchen wir nicht. PKS, mh, Kampfintelligenz. Ich glaube, Kampfintelligenz finden wir gut. Auserwählter Hexer, Mobilität, Kampfintelligenz. Am besten jetzt einen Soldaten, der bei Ausweichen noch irgendwie profitiert. Gehen wir einmal in unsere Soldatenliste und gucken einmal kurz durch. Kein Ausweichen, kein Ausweichen, kein Ausweichen, kein Ausweichen, Ausweichen 8, aber bei Dini nicht so sinnvoll, denn sie sollte ja im Nahkampf eigentlich nicht sein. So, nix, nix, nix. 23, das ist allerdings die PKS. Da waren 10 irgendwo. Nix, 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 nix. Fünf. Björn Hagen ist aber keiner, der sonderlich wichtig ist. So, nix, nix, nix. Neun. Arne. Hm, auch eher einer unserer Ersatzplayer. Ich glaube, wir sollten es schon jemandem geben, der davon auch profitiert. ist auch keiner von euch, ist auch keiner. Tja, ich glaube, wir geben es jetzt einfach irgendwem. Es gibt da noch die Kampfintelligenz. sehr viel Standard bei allen. Ja, machen wir es einfach frei Schnauze, wir kriegen es nicht vernünftig eingegrenzt. Also, nun geben wir es Skillmaster. Kann ausweichen brauchen. Frage wieder Noah Wutas mit. Der hat ja schon Erfahrung. Hoffen wir, dass wir nicht abgefangen werden. So, acht Tage. Gucken wir mal, ob wir hier was abgewöhnen können. Ne, sind verletzt, die die Negatives haben. Oder wir haben keine. Das war verklickt. Da wollen wir nicht hin. Da wollen wir noch Kameradschaft stärken, wenn möglich. Ja, Istoro, Soto und Hagen. Sechs Tage. Finden wir okay. So, jetzt holen wir uns noch unsere Kohle. Dann noch ganz schnell in den Schwarzmarkt. Und ich glaube, dann entlasse ich euch auch. Aber es ist mal, man denkt sich immer, ein Klick geht noch, ein Klick geht noch. Komm, diesen einen Klick machen wir noch. Und dann hat man wieder zehn Minuten verdammt. So, kaufen. Was haben wir denn da Schönes? Überragenden Schaft. Überragende Wahrnehmung. Zielsicherheit ist immer gut. Wirklichkeit braucht man nicht. Mobilität haben wir, glaube ich, noch auf der Bank. Vorräter brauchen wir auch nicht. Die holen wir uns selber. Die brauchen wir auch nicht. Überragender Schaft. Überragender Automatiklader. Na ja, komm, why not. Den brauchen wir vielleicht nochmal. Leder und Kristalle auf jeden Fall. Die Legierung können wir einfach mitnehmen. Die brauchen wir noch nicht aktuell, aber who knows. Man hat schon Pferdekotzen sehen. Und den Rest wollen wir, glaube ich, nicht. Schaft hat, glaube ich, so ziemlich jeder installiert. So, Mox hat sich von den Verletzungen erholt. Bringt uns allerdings so viel jetzt nicht. So, mit dem Elerium können wir uns jetzt wieder ein bisschen was holen. Die Fusionsklinge für die Ranger ist ja schon mal eine Maßnahme. Scharmützler, da haben wir gerade erst das Gewehr verbessert. Templer haben wir nur einen im Kader. Ranger haben wir vier oder fünf. Das heißt, das ergibt, glaube ich, einfach den größten Sinn. Oder wir sparen auf die Plasmalanze. Wir sparen auf die Plasmalanze. Das ist echt basic, dass die Scharfschützen ihre Ausrüstung kriegen. Oder? Schwer zu sagen. So. Ich glaube, die drei Tage klicken wir noch durch, dass wir die Forschung durch haben und eine neue anschmeißen können. Sechs Tage. Die klicken wir noch durch. Das Minütchen haben wir jetzt noch. Wir haben vor zwei Minuten noch drüber geredet. Egal. So. Verbessertes Sturmgewehr. Uiuiui. Eine Woche verdecken sich unsere Einsätze. Das heißt, wir können noch weiter durchklicken. So. Damage plus eins für alle Gewehre. Ein Träumchen. Den Speicher wollen wir auf jeden Fall jetzt nicht. Sechs Tage. Wir wollen, glaube ich, jetzt das Andromedon. Ich meine mich zu erinnern, dass man da was Cooles kriegt, wenn man es erforscht. Wie bereits von Schimpf vermutet, scheint es in der Tat so zu sein, dass diese Kreatur nur innerhalb der Grenzen ihres massiven Schutzanzugs lebensfähig ist. Zum Leidwesen unserer Truppen stellt der Anzug selbst, auch unabhängig vom Status seines Trägers, eine starke physische Bedrohung dar, wie wir zu unserem Erstaunen auf dem Schlachtfeld feststellen mussten. Ich meine nämlich, da gäbe es die Annäherungsmine. Aber ich weiß es nicht genau. So. Klicken wir noch einmal weiter. Drei Tage noch. Klick. So, Blasterwerfer. Ein Träumchen. Das ist mein Liebling. Die werdet ihr dann bald auch im Einsatz sehen, denn die besetze ich immer ein eigentlich. So, die Nulllanze fertig. Das ist gut. Dann können wir jetzt noch das Bollwerk nehmen. Immun gegen alles ist immer gut. Erhöht die Überlebensfähigkeit. Und, ähm, so, das machen wir jetzt noch fertig. Fortschrittliches Zielfernrohr, auserwählten Informationen mal eins. Na gut, haben wir sie jetzt doch gekriegt. Gemischte Beute wollen wir aber gerade nicht so. Und ich glaube, jetzt sollten wir an der Stelle Schicht machen. Dann, äh, würde ich sagen, wünsche ich euch alles Gute. Ciao, ciao. Euer Ogurts. Euer Ogurts.